Musik Tina, warte! Was? Warum hast du ein Zeug jetzt abgemüllt? Was ist schlecht jetzt? Ich muss mich damit bewerben. Das ist total scheiße. War vielleicht so ein Patronsklimatzer gewesen? Ja, er kann ja besser was. Alles klar, dann vielen Dank für die Kinder. Kein Problem. Tschüss, Tina. Was kann ich für dich tun? Ich habe ein Problem. Was ist da müh? Das ist sehr schlecht und das ist mein Bewerbungszurex. Wie fühlt es sich da war? Absolut. Vielleicht soll ich es nachmachen? Oder hat er Fördergewolle in Anspruch? Ja, vielleicht haben sie recht. Ja, vielleicht haben sie recht.